Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute wollen wir uns mal ein etwas anderes Smartphone anschauen, nämlich das Cat B15 vom amerikanischen Baumaschinenhersteller Caterpillar. Das ist vor allem ein Smartphone, das für Handwerker oder Bauarbeiter besonders geeignet ist. Und ob das wirklich hält, was es so verspricht, das schauen wir uns eben in diesem Review genauer an. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Caterpillar hat mir mein Testgerät für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Dazu wird in den nächsten Tagen auch noch ein extra Video kommen, wo ich dann die Teilnahmebedingungen, wie das Ganze abläuft und so weiter verkünden werde. Aber nur so mal der kleine Hinweis, also das Gerät, das ihr jetzt dann seht, das könnt ihr auch gewinnen. Also viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Review beginnen, wollen wir uns erstmal anschauen, was sich denn so alles im Lieferumfang befindet. Wir sehen hier eine meiner Meinung nach doch recht schicke Verpackung. Auf der Vorderseite nochmal das Hersteller-Logo. Das gleiche gilt hier für die Seite. Unten eine Abbildung des eigentlichen Smartphones. Und auf der Rückseite finden wir dann noch Dinge wie die E-Mail, Seriennummer und so weiter. Wie öffnen wir das Ganze? Wir heben es einfach so an. Hier oben würde dann, wenn ich das Ganze hier aufbekomme, erstmal das eigentliche Smartphone liegen. Das habe ich natürlich schon rausgenommen und unboxed. Wir wollen uns nur noch anschauen, was sich so alles im Lieferumfang befindet. Ihr findet hier auch noch eine relativ große Bedienungsanleitung. Natürlich wieder in vielen verschiedenen Farben. Auch hier schön im Stil des Smartphones gehalten. Relativ praktisch, wobei man das natürlich auch einfach online zur Verfügung stellen könnte. Hier nochmal ein paar wichtige Informationen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu den interessanteren Dingen. Hier war der Akku drin, 2000 mAh. Den habe ich natürlich schon eingelegt. Mit dazu bekommen wir auch noch ein ganz typisches Modular. Also einen Netzstecker. Ihr seht es hier mit USB-Anschluss. Den lege ich auch zur Seite. Außerdem gibt es auch noch ein Headset. Das ist kein In-Ear-Headset. Es ist kein besonderes Headset. Ein ganz normales Stereo-Headset mit, ja, ich sage jetzt mal relativ schlechten Klang. Aber da kann man auch nichts Besonderes erwarten bei einem Smartphone dieser Preisklasse. Dafür geht es schon in Ordnung. Viele andere Hersteller legen da gar nichts mehr oder kein Headset mehr bei. Und last but not least haben wir auch noch ein Micro-USB auf USB-Kabel. Alles schön in schwarz gehalten. Aber das war es auch schon vom Lieferumfang. Mehr befindet sich hier drinnen nicht. Mit 125 x 69,5 mm gehört das CAT B15 eher zu den kleineren Smartphones auf dem Markt. Was deutlich zu Buche schlägt, ist aber die Dicke von 14,95 mm. Obwohl sich Caterpillar beim Design definitiv Mühe gegeben hat, wirkt das Gerät natürlich ziemlich globig. Das Gewicht von etwa 170 Gramm bemerkt man kaum, es passt gut zum restlichen Design. Das CAT B15 liegt auch relativ gut in der Hand und lässt sich problemlos einhändig bedienen. Wir finden auf der Vorderseite ein 4 Zoll großes LC-Display. Das löst leider nur mit WVGA, also 800 x 480 Pixel bei 233 Pixel per Inf auf. Ansonsten befindet sich hier noch eine VGA-Frontkamera sowie drei Touch-sensitive Tasten. Einmal für Menü, einmal für Home und einmal für Zurück. Was man beachten sollte, das Display wird nur von Corning Gorilla Glass geschützt. Das heißt, dass es zwar gegen oberflächliche Kratzer etc. geschützt ist, aber deshalb noch lange nicht unzerstörbar ist. Gerade auf dem Bau ist das natürlich etwas problematisch, da sollte man vorsichtig sein. Caterpillar setzt beim CAT B15 auf ein verstärktes Aluminiumgehäuse. Das zeigt sich auch beim Rahmen relativ gut. Hier haben wir ein großes Aluminium-Element auf der linken Seite, außerdem aber auch sehr viele Kunststoff-Elemente. Das ist sehr harter, gummierter Kunststoff in matter Optik. Wir finden auf der linken Seite den Micro-USB-Anschluss. Der befindet sich allerdings wieder unter einer solchen Kappe. Das kennen wir so schon zum Beispiel von Sonys Xperia-Geräten oder dem Samsung Galaxy S5. Wieso das Ganze? Na klar, auch das CAT B15 ist IP67 zertifiziert, sprich gegen Wasser und Staub geschützt. Das Ganze gilt für bis zu 30 Minuten in bis zu einem Meter Tiefe. Wie gesagt, das kennen wir auch schon vom Galaxy S5. Da hat das schon super funktioniert und auch beim CAT B15 funktioniert das natürlich absolut problemlos. Wenn alle Kappen verschlossen und die Rückseite fest angebracht ist, dann kann Wasser dem CAT B15 nichts anhaben. Cool ist auch die Tatsache, dass anders als beim Galaxy S5, dem Xperia Z2 und so weiter, der Touchscreen trotz etwas Wasser drauf noch funktioniert. Zumindest einigermaßen gut kann man ihn noch bedienen. Auf der Baustelle ist das natürlich ziemlich praktisch. Die Unterseite ist dann absolut blank gehalten. Auf der rechten Seite finden wir die Tasten für lauter und leiser. Die sitzen zwar wirklich ziemlich fest, haben aber nicht einen ganz so guten Druckpunkt. Man muss schon ziemlich fest klicken. Sie sind auch nicht ganz so gut zu erreichen, aber wie gesagt, dafür ist das Ganze vermutlich auch ziemlich stabil. Auf der Oberseite haben wir dann noch den Powerbutton. Für den gilt wirklich das Gleiche. Es ist sogar noch extremer als bei der lauter, leiser Wippe. Man kommt ziemlich schlecht dran. Dauert manchmal ein paar Versuche, wenn man den klicken möchte. Das ist etwas schade. Wie gesagt, da muss man am Druckpunkt und meiner Meinung nach auch an der Positionierung etwas arbeiten. Außerdem befindet sich oben dann noch der 3,5 mm Klinkenanschluss unter einer weiteren Kappe. Natürlich auch für die IPS67 Zertifizierung. Auch die Akkuabdeckung besteht aus gummiertem, harten Kunststoff und hat eine ganz eigene Musterung. Hier befindet sich außerdem die 5 Megapixel Hauptkamera, die leider ohne eine Foto-LED kommt und der Lautsprecher. Wie schon angedeutet, kann die Akkuabdeckung abgenommen werden. Zum Vorschein kommt der ebenfalls wechselbare, 2000 mAh starke Akku. Der Einschub für zwei SIM-Karten, was für ein Arbeitshandy natürlich ziemlich praktisch ist. Und der Einschub für eine MicroSD-Speicherkarte, der 4 GB große interne Speicher, von dem euch nur etwa 0,98 GB zur Verfügung stehen, kann also erweitert werden. Caterpillar bewirbt das CAT B15 vor allem auch damit, dass es nach dem Militärstandard 810 G stoßfest ist. Einen Sturz aus etwa 1,8 m Höhe soll es ohne Probleme überleben. Das habe ich natürlich getestet und ich muss schon sagen, in Sachen Robustheit und Widerstandsfähigkeit kann diesem Smartphone so schnell kein anderes das Wasser reichen. Gerade beim Einsatz auf einer Baustelle ist das natürlich unglaublich praktisch. Außerdem hält es Betriebstemperaturen von minus 20 bis plus 55 Grad Celsius locker aus. Das CAT B15 kommt ab Werk mit Android 4.1.2 Jellybean. Als SOC haben wir den Mediatek MT6577 Dual-Core-Prozessor mit einem Gigahertz je Kern. Dazu gibt es 512 MB Arbeitsspeicher sowie HSPA mit maximal 7,2 MB die Sekunde im Download. Wir wollen uns natürlich auch die Software auf dem CAT B15 etwas genauer anschauen. Ich habe ja eben schon erwähnt, der Power-Button ist wirklich nicht so gut zu erreichen. Denke ich, sieht man jetzt auch nochmal ganz gut. Ansonsten ist das Ganze relativ nah am Stock Android orientiert. Stock Android 4.1.2 Jellybean. Wir können zur Kamera entsperren. Wir können aber hier auch direkt auf den Homescreen entsperren. Hier angelangt bewegen wir uns dann über eine solche Wischgeste. Und ich denke, ihr seht, trotz der relativ schwachen Hardware läuft das hier alles ganz flüssig. Wir gehen auch mal in den App-Draw bzw. dann in den Widget-Draw. Klar, es gibt immer mal kurze kleine Verzögerungen, aber ich finde, bei der Hardware kann man das durchaus verzeihen. Und man muss einfach sagen, gut, dass Caterpillar auf keine eigene Benutzeroberfläche gesetzt hat. Denn wenn man schon relativ schwache Hardware verbaut, dann zumindest mit Stock Android. Denn wie ihr sehen könnt, läuft das dann trotzdem noch relativ flüssig. Ein paar Modifikationen gibt es oben in der Benachrichtigungsleiste. Hier seht ihr dann, wie viele SIM-Karten von den zwei möglichen ihr eingesteckt habt. Und ihr habt hier oben auch noch solche Toggles. Das war damals nicht Standard. Wir bewegen uns hier auch wieder über eine solche Wischgeste. Wir können dann hier zum Beispiel die Displayhelligkeit justieren bzw. WLAN ein- und ausschalten. Bluetooth, den Flugmodus usw. Ist nichts Besonderes, aber auf jeden Fall relativ praktisch. Weiter geht es dann im Browser. Und ich muss sagen, die Performance ist wirklich ordentlich. Wir haben hier spiegel.de, also eine relativ aufwendige Webseite. Ihr seht, ich scrolle jetzt oder führe hier eine solche Pinch-to-Zoom-Geste aus. Es ist natürlich nichts Besonderes. Es gibt immer mal wieder Mikroduckler oder Verzögerungen. Aber für diese Preisklasse und vor allem für ein Outdoor-Smartphone geht das wirklich mehr als in Ordnung. Was hier natürlich auffällt im Web beim Surfen, ist die geringe Pixeldichte. Ihr müsst eigentlich immer zoomen, gerade bei einem 4-Zoll-Display wie diesem hier. Und es wirkt einfach teilweise etwas unscharf und einfach etwas ausgefranst. Aber klar, bei WVGA auf 4 Zoll sollte das klar sein. Der Weißwert ist auch nicht der beste. Es gibt hier einen deutlichen Blaustich. Aber wie gesagt, ich denke, das kann man gerade noch so verkraften. Der größte Kritikpunkt am Display des CAD B15 ist die geringe Auflösung. Das hatten wir ja eben schon. Aber auch die Farbdarstellung und die Farbkorrektheit, die sind nicht die besten. Wie gesagt, es gibt einen deutlichen Blaustich, das merkt man einfach. Wichtig bei einem Outdoor-Smartphone ist aber natürlich auch das Thema Helligkeit. Denn wenn man an sonnigen Tagen nichts mehr vom Smartphone-Display ablesen kann, dann ist das natürlich auch suboptimal. Die Helligkeit des CAD B15 ist ordentlich. Ich hatte meist keine Probleme, Inhalte vom Display abzulesen. Perfekt ist sie aber nicht. Das gilt vor allem auch für die Blickwinkelstabilität. Die ist, um ehrlich zu sein, relativ grottig. Aber gut, das habe ich hier schon fast erwartet bei einem Outdoor-Smartphone in dieser Preisklasse. Muss ich aber natürlich definitiv erwähnen. Der Lautsprecher ist ebenfalls nicht der beste. Er ist weder besonders laut noch besonders klar vom Sound her. Da war ich insgesamt eher enttäuscht. Das Interface der Kamera-App ist eigentlich auch relativ einfach gehalten. Wir haben hier insgesamt drei verschiedene Modi. Foto, Video und natürlich Photosphere. Den Auslöse-Button rechts oben ein Thumbnail zu den zuletzt gemachten Aufnahmen. Wir können natürlich hier aufzoomen, wobei das Ganze natürlich nur hochskaliert wird. Würde ich euch also nicht empfehlen. Und wir haben hier auch noch verschiedene Modi. Nenne ich das Ganze jetzt mal. Automatische Szene, Erkennung, Normal, Gesichtsschönheit, Lächeln, Foto, Best Shot. Und natürlich einen, sagen wir mal, Reihenmodus. Vier Aufnahmen, acht Aufnahmen oder 16 Aufnahmen hintereinander. Also eigentlich alles nichts Besonderes. Hier gehen wir noch in die Einstellungen. Dann haben wir hier einen HDR-Modus. Wir haben aber auch verschiedene Szenen. Für zum Beispiel Nachtaufnahme, Sonnenuntergang, Party und so weiter finde ich ganz praktisch, dass man das auch bei einem Auto oder Smartphone hier direkt integriert hat. Wir gehen nochmal zurück und klicken dann hier nochmal auf diese drei Punkte. Gerangen dann zu den wirklichen Einstellungen, wo wir zum Beispiel die Belichtung, den Kontrastwert, den ISO-Wert und so weiter und sofort einstellen können. Also vom Interface her bin ich eigentlich nicht enttäuscht. Das ist relativ ordentlich. Die Frage ist aber natürlich, wie ist die Bildqualität? Nun, bei guten Lichtbedingungen ist sie eher durchschnittlich. Die Aufnahmen werden ausreichend scharf und realistisch. Aber sobald die Lichtbedingungen etwas schlechter werden oder man mal drinnen, zum Beispiel in einem Rohbau, beispielsweise Aufnahmen machen möchte, dann merkt man einfach den fehlenden Blitz schon deutlich. Es ist mir unverständlich, wie Caterpillar auf diesen verzichten konnte. Oft nutzt man ihn ja auch zum Beispiel als Taschenlampe und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man das auf dem Bau relativ praktisch gewesen wäre. Sprachqualität und Empfang sind wirklich mehr als ordentlich. Hier gibt es in dieser Preisklasse wirklich nichts zu kritisieren. Kommen wir zum Thema Akku. Auch hier war ich echt positiv überrascht. Selbst bei intensiver Beanspruchung hielt er eineinhalb bis zwei Tage. Hier gibt es also absolut nichts zu kritisieren. Zu guter Letzt kommen wir natürlich wie immer zu einem abschließenden Fazit und wir beginnen mit den Punkten, die für das Cat B15 sprechen. Zum einen hätten wir hier die IP67 Zertifizierung. Ich habe es wirklich mehrmals im Test getestet. Es gab keinerlei Probleme, kann ich euch diesbezüglich nur weiterempfehlen. Und natürlich diese extreme Widerstandsfähigkeit. Zum Beispiel ein Galaxy S4 Active von Samsung hat das einfach nicht in dieser Stärke. Wir haben außerdem eine gute Akkulaufzeit und die Dual-SIM-Funktion ist natürlich praktisch, wenn man das Smartphone zum einen auf der Arbeit benutzt, aber auch privat kann man einfach zwei SIM-Karten reinpacken. Es gibt aber auch wieder ein paar Kontrapunkte, so zum Beispiel das schwache Display mit der schlechten Auflösung und der grottigen Blickwinkelstabilität. Das ist etwas schade und auch, dass wir keine Foto-LED haben. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass das doch etwas nervig ist, wenn man es wirklich auf dem Bau zum Beispiel benutzt. Außerdem haben wir nach wie vor nur Android 4.1.2. Mittlerweile gibt es Android 4.4. Diesbezüglich also schon etwas schade. Und wir haben einfach eine schwache Kamera, vor allem auch bei schlechteren Lichtbedingungen. Abschließend kann ich euch eigentlich nur eins empfehlen. Wenn ihr momentan wirklich auf der Suche nach einem Outdoor-Smartphone seid, dann ist das Caterpillar Cat B15 wirklich eine sehr, sehr gute Wahl. Andere als Outdoor-Smartphones vermarktete Dinger, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy S4 Active, die würden einen solchen Sturz aus 1,8 Metern Höhe wirklich auf Steinboden in meinen Augen kaum mehrmals überleben. Das Cat B15 hat es bei mir im Test. Also diesbezüglich kann ich wirklich nur Bestnoten vergeben. Man darf das Ganze auch nicht so als Mittelklasse- oder High-End-Smartphone sehen, denn das ist es einfach nicht. Vor allem von den Specs her auch nicht. Sondern das ist ein Smartphone für eine ganz spezielle Zielgruppe und dafür ist es wirklich super. Es kostet momentan um die 269 Euro bei Amazon.de und dafür bekommt ihr wirklich ein gutes Outdoor-Smartphone. Diesen Begriff muss man einfach immer wieder davor packen. Ja Leute, das war auch schon wieder das Review zum Caterpillar Cat B15. Mal ein etwas anderes Gerät. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und sage Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.